Deswegen war mir auch ziemlich schnell klar, dass ich diesen Weg mit Werder Bremen weitergehen möchte. Ich glaube, da musste ich nicht lange überlegen. Ich glaube, dass wir in den letzten zwei Jahren hier etwas aufgebaut haben, dass ich ein Teil davon war und ich einfach ein Teil davon bleiben wollte. Deswegen war mir auch ziemlich schnell klar, dass ich diesen Weg mit Werder Bremen weitergehen möchte. Ich glaube, wenn man irgendwo ein Angebot bekommt oder was hört, ist das immer positiv für einen, weil das zeigt dann auch, dass man irgendwas richtig gemacht hat. Aber wie ich schon gesagt habe, ich hatte ein Ziel und Fokus. Der war auch ganz klar so besprochen mit meinen Beratern und der lag hier bei Werder Bremen. Ich bin auch ziemlich froh, dass es dann jetzt auch geklappt hat. Ich habe jetzt hier verlängert. Ich bin da, wo ich sein wollte. Über das andere kann man nicht spekulieren. Ich kann ihn da, glaube ich, nicht viel beeinflussen in seinen Entscheidungen. Ich glaube, dass er auch eine hervorragende Saison gespielt hat. Dass das Interesse da ist. Darüber brauchen wir uns gar nicht unterhalten. Ich hoffe einfach, dass er es genauso sieht, dass wir uns hier etwas aufgebaut haben, dass wir hier einen Weg eingeschlagen sind, wo wir noch nicht am Ende sind. Wie er sich dann entscheiden wird, bleibt ihm überlassen. Ich hoffe natürlich, dass er sich dann auch für Werder Bremen entscheidet. Aber ich werde da in seine Entscheidungen nicht reingritschen. Es ist kein Geheimnis, dass wir uns da auch öfter ausgetauscht haben. Jetzt auch in seinem Urlaub haben wir das ein oder andere Mal miteinander telefoniert, uns gegenseitig auch die Situation geschildert. Jeder weiß natürlich auch, als deutschen Nationalspieler, dass das Interesse auch groß ist an ihm. Und ich glaube, dass ihm auch keiner böse ist, wenn er dann einen anderen Weg einschlägt. Wir sind jetzt in der Vorbereitung. Ich versuche, mich auf ein sehr, sehr gutes Level zu bringen. Und ich hoffe dann, dass es mindestens genauso wie in der letzten Saison auch weitergeht. Man kann sich an den einen oder anderen Sachen immer wieder noch verbessern. Das geht auch bei mir. Ich hoffe, dass ich mir ganz schnell mein Fitnesslevel wieder erarbeiten kann, wie ich es mir auch in der letzten Saison erarbeitet habe. Und versuche dann, vom ersten Moment an da zu sein. Ich habe mir einiges vorgenommen. Klar weiß ich, was jetzt vor der Tür steht nächstes Jahr. Ich versuche einfach, Spiel für Spiel, Tag für Tag meine Leistungen zu bringen. Und wenn es am Ende dann irgendwie dazu reichen sollte, würde ich auf jeden Fall nicht Nein sagen. Das ist ein absoluter Traum. Auf jeden Fall. Wenn man irgendwie die Möglichkeit hat, sich in die Nationalmannschaft reinzuspielen, sollte man sie nutzen. Ich werde alles dafür tun, um mich aufmerksam zu machen, definitiv. Ich glaube, wie ich es schon gesagt habe, dass man sich hier etwas aufgebaut hat. Dass wir einen Weg eingeschlagen sind. Und ich glaube auch mit dem ganzen Trainerteam und der Mannschaft, dass man Bock auf diesen Weg hat. Und ich kann mir vorstellen, dass Naby auch den Weg beschrieben bekommen hat. Und wollte auch ein Teil davon sein. Ich glaube, dass es auch ein starkes Zeichen ist, dass man so einen Spieler verpflichten kann. Ich glaube, dass wir da nochmal eine andere Qualität in den Kader bekommen haben mit ihm. Definitiv. Und ja, ich freue mich einfach, ihn dann nächste Woche kennenzulernen und auf dem Platz zu sehen. Die Jungs machen einen guten Eindruck. Den einen kennen wir ja noch aus dem letzten Jahr. Und David kenne ich auch noch aus der Zeit aus Düsseldorf. Er hat sich sehr gut gemacht auch. Und ich glaube, dass beide auch unseren Kader verstärken werden. Ich glaube, ein gesunder Konkurrenzkampf braucht eine Mannschaft. Den haben wir jetzt, glaube ich, auf allen Positionen. Deswegen sind wir da auch vielleicht noch ein bisschen flexibler aufgestellt. Ja, wir haben es ja teilweise dann auch hinten heraus mal in gewissen Spielsituationen auch mal gespielt. Wenn wir vielleicht noch ein Tor brauchten oder so, dass wir da auch mal mit drei Stürmern gespielt haben. Ja, ich glaube einfach, die Vorbereitung ist auch da, das ein oder andere auszuprobieren. Ich glaube, dass wir das auch tun werden. Und ja, am Ende wird man dann schauen, für welches System welcher Gegner vielleicht am besten bespielbar wäre. Und wir uns dann wahrscheinlich dafür entscheiden werden. Vorstellen definitiv, klar. Stand jetzt ist er auch weiterhin unser Kapitän und mein Kapitän. Und ich glaube einfach, dass es letztes Jahr auch was Neues für ihn war. Dass es ja auch ein bisschen mehr auf seinen Schultern gelastet ist. Wo er vielleicht vorher noch nicht wusste, wie viel Druck das vielleicht auch sein kann. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass er trotzdem eine gute Bundesliga-Saison gespielt hat. Jetzt ist er ein Jahr weiter und ich glaube, dass er da auf einem richtig, richtig guten Weg ist. Nach Ibaka